So, wir sind im letzten Schrank angekommen und ja, wie immer, erst einmal alles raus hier. So, wie ihr seht, habe ich hier wieder eine extra Box und zwar die zweite mit meinen Mascaras. Da werde ich jetzt nichts aussortieren. Ich werde sie euch trotzdem gerne einmal kurz der Reihe nach zeigen. Ich habe hier von Urban Decay noch eine kleinere Version von der Perversion Mascara. Ich habe auch die Originalgröße. Ich finde die sehr gut. Essence Volume Stylist Curl and Hold. Ich glaube, die gibt es auch noch im Standardsortiment, allerdings ohne diese Pusteblumen, weil das ein LE-Design war. Ich mache das mal kurz andersrum. Max Factor Masterpiece Max Mascara. Ich habe, ihr wisst, relativ viele von Max Factor, die habe ich alle mal zugeschickt bekommen. Die finde ich alle ziemlich gut, also sehr solide, aber allgemein wisst ihr auch, ich bin sehr großer Verfechter von günstigen Drogerie-Mascaras. Ich finde die von Essence und Catrice so super gut. Ich würde mir nie selber eine teure Mascara kaufen. Ja, apropos günstig. Rival de Lupe Young bzw. Rival Loves Me Absolute Eyes. Auch eine ganz, ganz tolle Mascara. Pupa Milano Vamp Mascara. Das war mal ein LE-Produkt. Essence I Love Extreme. Die ist ganz gut. Die hat ein riesen Bürstchen. Also ihr kennt die wahrscheinlich alle. Würde ich jetzt wirklich nur, nur empfehlen, wenn ihr wirklich lange Wimpern, große Augen habt bei kleinen Augen. Wird euch die, glaube ich, nicht glücklich machen. Aber meine Lieblinge von Essence sind ja die Lash Princess Mascaras. Also die finde ich 1A, tip top. Trended Up Mascaras. Das sind jetzt ältere, die gibt es nicht mehr. Adorable Mascara Ultra Black. Catrice Rock Couture habe ich hier noch. Benefit Bad Girl Bang Mascara. Die mag ich auch recht gerne. Die finde ich ganz, ganz gut. Essence What The Fake. Manhattan Volcano Extra. Explosive Volume. Ich finde jetzt bei Manhattan dieses sehr viel Volumen nicht gegeben. Aber ich finde Manhattan hat ganz gute Alltagsmascaras. Manhattan Super Size habe ich hier noch. L'Oreal Volume Million Lashes. Maybelline Lash Sensational. Die habe ich auch ein paar Mal öfter. Die finde ich sehr, sehr gut. Hier nochmal von Maybelline The Falsies Push Up. Die finde ich nicht ganz so gut wie diese hier. Astro Big and Beautiful Lovely Doll. Habe ich auch mal zugeschickt bekommen vor einigen Jahren. Maybelline Colossal Big Shot Mascara. Die ist auch ganz schön. Dann habe ich hier noch wasserfeste Mascaras. Die benutze ich wirklich eigentlich nur im Sommer oder wenn ich weiß, ich gehe ins Schwimmbad. Und ansonsten mag ich wasserfeste Mascaras nicht. Die sind mir einfach zu schwer abzubekommen. Und ja, damit mache ich mir meine Simpern kaputt. Und mir reichen nicht wasserfeste Mascaras für den Alltag absolut aus. Hier habe ich noch eine von Galar, so eine Probegröße. Hier auch eine von Love, die Love Rose Mascara. Shiseido Full Lash. Das waren alles mal so Goodies zu Bestellungen. Die hier auch. Lancome Hypnose Mascara. Die hier kommt von Nude by Nature. Habe ich auch mal als PR Sample bekommen. Nie Full Black Divine Mascara. Also ihr seht, ich habe wirklich sehr viele verschiedene Mascaras. Und ich komme aber auch mit so gut wie allen Mascaras wirklich gut zurecht. Also Naturkosmetik ist immer so ein Ding. Kann gut sein, kann schlecht sein. Aber alle anderen Mascaras, die funktionieren bei mir glücklicherweise recht gut. Deswegen bin ich da sehr wenig wählerisch. Hier habe ich noch eine Mini-Größe. Neutral Lash. Unique Moodstruck Epic Mascara. Rival de Loup Adorable Miss Curl. Die müsste es noch geben. Essence Volume Hero. Hier habe ich ein Haar. Dr. Pierricot. Length and Curl Mascara. Und noch eine von Trend It Up. Die ist auch ein bisschen älter. Ja, es kommt natürlich bei so vielen Mascaras, die ich halt nicht ständig in Benutzung habe. Also jeden Tag benutze ich zwar Mascara, aber natürlich nicht jeden Tag eine andere. Da kann es natürlich schon mal dazu kommen, dass die eintrocknen, dass die einfach alt werden. Ich habe auch schon viele Mascaras wegtun müssen, die halt noch nicht aufgebraucht waren. Deswegen, ich kaufe mir eigentlich selber super selten noch eine Mascara. Aber es sei denn, die interessiert mich wirklich sehr. Das meiste an Mascaras waren tatsächlich mal PR-Samples oder Beigaben oder Produkte aus so Beauty Boxen. Gut, die lasse ich jetzt hier so stehen. Eigentlich hatte ich daneben meine Urban Decay Naked Paletten. Nur das Ding ist, also die passen hier halt genau rein. Ich habe ja allerdings noch die Ultra Violet Variante dazu bekommen. Deswegen passt das jetzt hier nicht mehr rein. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ich habe mir überlegt, ich halte diese hier zusammen, weil die eine leicht kleinere Verpackung haben als die Naked 2 und Naked 3. Und die würde ich einfach hier vorne irgendwie hinstellen. Ja, so passen sie leider nicht rein. Die kommen dann hier hin oder andersrum. Vielleicht auch andersrum. Ich muss gleich mal gucken, was ich hier sonst noch einräume. Ich zeige sie euch natürlich mal. Die Naked 2 habe ich. Ich muss mal kurz ein bisschen rauszoomen. Die habe ich mal von Urban Decay bekommen, anlässlich des Newcomer oder Abkommer Contests, an dem ich mal teilnehmen durfte. Ja, ich finde die, also ich hätte sie mir selber nicht gekauft. Ich finde die relativ langweilig von den Farben. Aber weil es halt eine nette Erinnerung an diesen Contest ist, würde ich die auf jeden Fall in meiner Sammlung lassen. Wobei ich kann die eigentlich, kann ich die aus der Verpackung auch rausnehmen, ne. Die Verpackung ist jetzt nicht so speziell. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Ich glaube, das mache ich so. Und die Naked 3, die habe ich mal von Jan bekommen zum Geburtstag, glaube ich, oder zu Weihnachten. Die finde ich sehr, sehr schön. Also das ist so eine ganz tolle Palette für Anlässe, wo das Make-up hübsch, also das Augen-Make-up sehr hübsch sein soll. Ein bisschen dezenter, aber trotzdem da. Nicht so bunt, sondern ja einfach so schön rosé. Also das ist von der Qualität her, von der Pigmentierung her sicherlich nicht die beste Urban Decay-Palette. Aber für so hübsche Make-ups, also wenn ihr versteht, was ich meine, ist die wirklich super. So, dann habe ich hier noch die vier etwas neueren Paletten. Einmal die Naked Heat Palette. Die ist wirklich super schön. Das ist eine ganz warme Palette. Auch ein extrem cooles Packaging hier mit dieser Streichholzschachtel. Sieht wirklich super aus. Voll meine Farben, so richtig schön warm, rötlich. Ja, die ist toll. Ein toller Mix, auch aus Matten und Schimmerfarben. Da möchte ich jetzt die Verpackung nicht wegtun, weil die einfach auch nochmal besonders ist. Eigentlich kann ich die ja auch hier so reinmachen, ne? Ja, das könnte ich auch. Naked Cherry kam danach. Die ist auch super schön. Ja, wie der Name vermuten lässt, hat die so rötliche Töne. Die ist auch so wunderschön von der Verpackung. Ja, auch mega, mega tolle Farben. Auch voll mein Ding. Trage ich auch sehr gerne. Dann habe ich die Naked Honey. Die ist auch super schön. Ich habe sie jetzt auf dem Auge selber noch nicht getragen, aber ich habe die schon in vielen Favoriten-Videos gesehen. Und also das Swatchen hat mir auch sehr gut gefallen mit dieser Palette. Das ist halt alles so ein bisschen gelb-gold, warm-braun-beigig angehaucht. Auch eine total schöne Kombi. Und dann habe ich jetzt, wie gesagt, noch als Neuestes die Ultra Violet-Palette. Wobei, ich weiß gar nicht, wenn ihr das Video seht, das wird ja deutlich später sein als zu dem Zeitpunkt, wo ich es gerade drehe. Also jetzt hier heute, wo ich hier stehe, wir haben Januar. Ich denke, ihr werdet es viel später sehen. Vielleicht gibt es ja auch schon eine neue Naked Naked-Palette. Also Ultra Violet ist auch wunderschön vom Packaging. Ich liebe das. Und ich finde die Farben toll. Ich habe sie jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht auf dem Auge getragen, aber war beim Swatchen sehr zufrieden. Vor allem diese Lila-Töne finde ich sehr toll pigmentiert. Ja, da haben sich ja so die Meinungen sehr geteilt zu dieser Palette, aber ich persönlich finde sie wirklich sehr, sehr hübsch. Okay, machen wir weiter mit Paletten. Da habe ich in dieser Schublade noch die Maybelline Nudes-Paletten einmal, das Original. Da ist es so, dass ich die noch einmal ausprobieren möchte. Also es sind schon ein bisschen ältere Paletten, von der Qualität her sicherlich mittlerweile so ein bisschen überholt. Aber ich würde die, wie gesagt, gerne noch mal in meiner Schminkbox ein paar Tage ausprobieren, bevor ich mich entscheide, ob ich die weiterhin behalte oder nicht. Das hier war die zweite Variante, The Blushed Nudes. Die finde ich eigentlich ganz hübsch vom Packaging her. Also so ein bisschen billig, plastikmäßig geht besser. Aber ich finde das so allgemein, sind sehr hübsche Farben und die lasse ich auch erstmal noch in meiner Sammlung. Dann habe ich noch die Burgundi-Bar-Palette. Die finde ich von der Farbgebung her am besten von den dreien. Es sind auch ein paar dunklere Töne mit da drin. Alles wieder so ein bisschen wärmer, bronziger angehaucht. Und dann habe ich noch die beiden hier. Hier einmal Lemonade Grace. Die finde ich sehr cool von der Verpackung. Dieses Gelb mag ich voll gerne. Und die Farben sind auch ganz schön. Also sind hübsche Farb-Kombos mit dabei. Ich finde die Seite und die Seite so für sich richtig hübsch. Ja, also die bleibt in meiner Sammlung. Und dann habe ich zum Schluss noch die The City Kids Pink Edge Palette. Ist jetzt auch nichts Besonderes, aber auch da werde ich die auf jeden Fall nochmal innerhalb meiner Schminkbox tragen und mich dann für oder dagegen entscheiden. Aber so finde ich die auch ganz hübsch. Guck mal in einer anderen Schublade, ob ich hier noch irgendwas in dieser Größe habe. Ja, da würde ich jetzt die einfach nehmen von Manhattan. Die Retro Glam Vintage Romance Palette. Das war mal eine LE. Ich finde die so hübsch auch vom Design her. Sie ist von den Farben auch toll. Auch schon älter. Die Qualität ist nicht mehr die beste. Aber auch die bleibt erstmal noch in meiner Sammlung. Und guck mal, die passt hier doch gut rein. Jetzt ist alles fest. So, dann mache ich weiter mit meinen Boxen, Blushboxen. Ich habe hier zwei von der Marke W7. W7 ist noch ein bisschen bekannt für Dupes. Und das ist ein Benefit-Dube. The Honey Queen Honeycomb Blusher. Der ist sehr hübsch, sehr schön schimmrig. Auch eine super, mega tolle Verpackung. Also den behalte ich auf jeden Fall. Candy Floss ist, äh, hat auch immer noch so einen eulen Pinsel mit dabei. Die brauche ich immer nicht. Candy Floss ist so ein ganz heller, aber auch schimmernder Ton. Da ist jetzt die Verpackung, ich lasse mal den Pinsel raus, die Verpackung nicht so spektakulär, aber ich finde den Farbton sehr toll. Deswegen bleibt der auch in der Sammlung. Und natürlich auch von Benefit der Coralista. Der hat auch noch so einen Pinsel, aber auch den benutze ich nicht. Der ist auch so, so hübsch von der Farbe her. Ähm, ganz toll auch vom Packaging. Also sehr schön. Der bleibt auf jeden Fall bei mir. Auch wenn ich die Farbe nochmal in so einem anderen Kit mit drin habe. Aber, ja, aber, achso, das kann man ja nicht weggeben, ne? Das werdet ihr, glaube ich, verstehen. Dann habe ich jetzt noch verschiedene weitere Tarnprodukte. Einmal von Ofra. Den Blush oder den Duo Blush aus der Samantha March Kollektion. Den habe ich mal zugeschickt bekommen. Äh, Focalure durfte ich auch mal testen. Das ist so ein Ombre Blush. Dann auch wunderschön. Rival de Lupe Young Palm Beach L.E. Das ist auch wieder so ein schönes, ähm, schimmerndes Blush. Ich mag persönlich schimmernde Blushes sehr gerne. Ich mag zwar auch matte, aber generell wisst ihr ja, ich liebe, wenn das Gesicht so richtig schön leuchtet. Und ich liebe den Glow einfach. Oder den Golf. Golf. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist. Auch von Focalure. Ähm, das ist so ein Diamond Highlighter. Der ist an sich ganz cool. Ja, und das, ja, ist schon ein bisschen lustig, ne? Kleiner Fehler, glaube ich, unterlaufen. Hier habe ich auch einen Highlighter aus der P2 Bloggers Lobbies L.E. Das ist so einer mit so einem leichten, changierenden Saabton. Sieht man jetzt wahrscheinlich wenig. Also, der geht so ein bisschen in die pink-schimmernde Richtung. Ich finde den ganz cool. Ähm, Wet n' Wild. Mega Glow Highlighting Powder. Das gibt es auch noch so. Precious Petals nennt sich diese Farbe auch so ein bisschen ins Peach-Goldene gehend. Und dann habe ich hier noch ein L.E. Produkt von Essence aus der Good Vibes, Good Memories L.E. Ein Duo Highlighter. Der ist jetzt nicht so kräftig, aber hat auch eine schöne Farbe. So, dann habe ich hier in der Schublade gleich drei lose Puder. Einmal das hier. Das mag ich sehr. Könnte sein, dass es das noch vereinzelt online gibt, aber nicht mehr in der Catrice-Theke. Das ist das Glow Illusion Loose Powder. Das ist auch so ein bisschen Peach-Farben. Das ist wirklich toll. Das hat so einen ganz, ganz leichten Hauch an lichtreflektierenden Pigmenten. Ist super fein gemahlen. Ich mag es sehr gerne. Hier habe ich eins von P2 aus der Pro Beauty Reihe. Das ist so ein transparentes, loses Puder. Und dann habe ich noch von Rival de Lupe Young aus der No Filter L.E. so ein Quattro. Also es sind halt vier verschiedene Farben, die aber gemischt da rauskommen. Als Primer habe ich hier so eine Mini-Größe, die auch bald ausgebraucht ist, drin von Garnier. Miracle Skin Cream. Ich glaube nicht, dass es die immer noch geben wird. Die ist auch schon relativ alt. Brauche ich noch auf. Als Foundation habe ich das Manhattan Clear Face Perfect Matte Makeup. Das werde ich nochmal ausprobieren. Ich stehe nicht so auf matte Makeups. Ich finde die immer ein bisschen zu sehr draufgeklatscht. Das probiere ich nochmal aus und entscheide mich dann, ob ich es noch weiter aufbrauchen möchte oder nicht. Und als Concealer habe ich hier den Catrice Liquid Camouflage Concealer. Den gibt es ja im Standardsortiment. Das war jetzt ein L.E. Design. Aber an sich ist es ein Standard Concealer, der super toll ist. Also ihr solltet den wahrscheinlich auch alle kennen. Mega Empfehlung. Habe ich schon oft nachgekauft. Dann habe ich hier noch zwei Blushes von P2. Jeweils aus der Beauty Go Safari L.E. Das habe ich mir mal selber gekauft, als die L.E. rauskam. Und das habe ich im Nachhinein von einer lieben Zuschauerin geschickt bekommen. Ja, P2 Tarn Produkte. Also ich glaube, wir alle vermissen P2 in der Drogerie. Ich weiß nicht, wie man das übers Herz bringen konnte, P2 auszulisten. Die hatten so, so tolle Produkte. Also ja, kann ich immer nur Gutes zu sagen. Dann habe ich noch diese drei Highlighter. Das ist einmal von Rival Loves Me aus dem aktuellen Sortiment der On Fleek Baked Highlighter. Den ich aber, glaube ich, eher so als Blushleiter nehmen würde, weil der so ein bisschen dunkler ist auf der Haut. Also ja, der hat schon einen recht dunklen Ton. Also muss ich mal ausprobieren. Habe ich bisher noch nicht getragen, soweit ich weiß. Dann habe ich hier von Becca noch einen Highlighter und zwar die Farbe Opal. Becca Highlighter sind mega, mega gut, mega leuchtend. Kann ich sehr empfehlen. Auch der ist ein bisschen dunkler, aber weil er so sehr leuchtet, geht es auch für helle Haut, finde ich. Und dann habe ich noch diesen hier von Revolution, den Strobe Highlighter. Ich weiß nicht, ob es den noch im Sortiment gibt. Vielleicht in der Theke, aber ich glaube nicht mehr online. Das ist die Farbe Lunar. Das ist so ein kühlerer Ton, der so ein bisschen in die pinke Richtung geht. Ist auch sehr schön leuchtend. Und ist auf jeden Fall was für einen Winter. So, haben wir das. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Monolidschatten. Und zwar einmal von den Essence I Love Nude Monolidschatten. Die Farbe 08 Rosen Joghurt. Ich habe von denen einige gehabt, jetzt nur noch diesen und einen dunkelbraun ausbewahrt, weil die anderen, ja, davon konnte ich mich trennen. Ich glaube, also es ist zwar eine sehr schöne Farbe, obwohl, vielleicht wollte ich den als Blush verwenden. Weil das ist wirklich ein sehr hübscher Farbton. Den packe ich mal zu den Blushes dazu. Nee, kann ich nicht. Ich packe ihn hier so zwischen, dass ich mir das merke. Weil so eine Farbe auf dem Auge habe ich halt in super vielen Paletten. Dafür würde ich den jetzt nicht behalten. Hier fällt alles auseinander. Aber als Blush, glaube ich, ist der sehr schön. Hier habe ich ein loses Pigment von Annabelle Minerals. Und zwar die Farbe Milkshake. Das ist ein Lehmblidschatten. Und der ist richtig cool. Also den habe ich solo auf dem Auge getragen. Da wurde ich sogar darauf angesprochen, was das denn für ein Lidschatten ist. Das ist immer eine Sauerei mit diesem losen Puder, ne? Ich hoffe, ich kann euch das jetzt so ein bisschen demonstrieren. Nee, ist schwierig. Also der macht halt auf dem Auge, wenn man da so zwei Schichten von aufträgt, so eine hübsche Farbe. Also das kann man auch sehr gut solo tragen, obwohl halt die Farbe an sich total dezent ist. Aber die hat was Besonderes. Deswegen bleibt er auf jeden Fall in meiner Sammlung. Dann habe ich hier noch so ein paar Monolidschatten von Essence, Farbe 21. Von diesen alten Monolidschatten wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Ist so ein Aubergine-Ton mit so ein bisschen Schimmer drin. Den kann ich aussortieren. Den finde ich jetzt nicht mehr so bombig. P2 Pearl Dimension sortiere ich nicht aus. Das sind mega tolle Lidschatten. Ich sage ja P2, ne? Super schön. Intensiv pigmentiert. Sehr, sehr schön leuchtend. Also die bleiben auf jeden Fall bei mir. Dann habe ich hier noch einen von Essence, die Farbe 10 Dance Mauve. Das ist halt so ein besonderer Farbton. Also den würde ich tatsächlich behalten. Der ist auch mega pigmentiert. Und zum Schluss auch noch mal von Essence aus der Exit to Explore LE. So ein grün-Gold-Ton. Der ist soweit ganz gut pigmentiert. Habe ich, glaube ich, vor allem wegen der Optik behalten. Probiere ich noch einmal auf dem Auge aus, würde ich sagen. Und wenn ich den dann zu unspektakulär finde, dann werde ich ihn auch trotz dieser schönen Blumenoptik aussortieren. Okay, dann wäre die Schublade jetzt soweit wieder neu sortiert. Es gab lediglich ein Produkt, was jetzt aussortiert wird. Aber es sind halt so viele schöne Sachen drin. Okay, dann würde ich sagen, bin ich froh, dass ich die jetzt auch untergebracht habe. Dass das hier alles gut passt. Und schließe die Schublade, schließe dieses Video für heute. Bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.